Sie haben eine große Vielzahl an verschiedenen Wirkstücken in Hand zu haben? Kein Problem, unser FQE schafft das. Ein Flächengreifer ermöglicht es Ihrem Roboter, verschiedene große Wirkstücke in verschiedenen Applikationen zu greifen. Das bedeutet, wechselnde Anforderungen sind genau das Richtige für unseren FQE. Was macht die nun so besonders? Durch den Einsatz von Strömungswiderständen können Sie den Greifer auch nur partiell belegen. Das Design des Greifers basiert auf dem ISO-Standard für Cobot-Anwendungen. Sprich, Sie können diese Greifer mit Ihrem Cobot einsetzen. Jedoch haben die Greifer auch eine maximale Traglast von bis zu 35 kg, was den Einsatz an jedem denkbaren Leichtbau-Roboter ermöglicht. Entscheiden Sie selbst, ob Sie den Greifer mit einem integrierten, hocheffizienten Injektor betreiben wollen oder ob Sie lieber eine externe Pumpe oder ein externes Gebläse einsetzen möchten. Abhängig von Ihrem Anwendungsfall oder Ihrem Werkstück bekommen Sie den Greifer mit einem High-Performance-Schaum oder mit unseren Standard-Sauggreifern. Der Schaum eignet sich für poröse und unebene Oberflächen. Die Sauggreifer hingegen sind geeignet für luftdichte und ebene Oberflächen. Unser FQE ist verfügbar in drei verschiedenen Standardgrößen. Der neue FQE von Schmalz. Leicht, flexibel und hocheffizient. Möchten Sie mehr über unsere Produkte wissen, besuchen Sie schmalz.com.